Hi Leute, wir haben eine richtig, richtig fette, coole Ankündigung. Und zwar gibt es ein Traumprojekt, das uns schon ganz lange auf dem Herzen liegt, wovon wir euch heute erzählen wollen. Und zwar war es schon immer unser Traum, mal so ein komplettes Haus richtig verrückt umzubauen. Also da einfach so unsere ganzen Kindheitsträume drin umzusetzen. Dazu haben wir jetzt die Möglichkeit in einem renovierungsbedürftigen Haus. Ich will da jetzt noch gar nicht zu viel verraten, aber die Projekte wären sehr geil. Also eine Achterbahn gibt es bestimmt, die komplett durchs Haus führt. Das Ganze soll so ein bisschen werden wie unser Baumhausprojekt, also so eine fortlaufende Serie, wo wir auch einfach mit unseren ganzen Freunden immer zusammen dran arbeiten können. Das Besondere ist, dass ihr mit dabei sein könnt. Das ganze Projekt startet schon nächste Woche. Wir haben in der Beschreibung einen Link, wo ihr euch anmelden könnt. Ich freue mich schon richtig, mit euch Hammerprojekte umzusetzen. Die Serie wird auf jeden Fall richtig viel Spaß machen. Und das Coole daran ist, dass ihr sie aktuell noch mitgestalten könnt. Also schreibt uns eure Projektideen in die Kommentare, eure Kindheitsträume, was ihr schon immer in einem Haus verbaut haben wolltet. Dann werden wir da auf jeden Fall auch nochmal drauf eingehen. Eventuell nochmal ein Video drüber machen, eure Ideen vorstellen. Wenn ihr noch Fragen zu dem Projekt habt, dann schreibt uns die auch in die Kommentare. Da gehen wir dann auch nochmal drauf ein. Ich habe auf jeden Fall schon richtig Bock auf den Sommer und dieses geile Projekt. Wir haben noch eine kleine Neuigkeit. Und zwar haben sich echt viele von euch gewünscht, dass wir wieder ein T-Shirt mit dem Baumhauslogo rausbringen. Das gibt es jetzt sogar gestickt. Das haben wir jetzt auch im Shop. Dann freue ich mich auf euch, ganz besonders bei dem Projekt und in den nächsten Videos. Tschau! Tschau! We don't care if you know, we won't ever let you go. Can't take any more, I'm under control. We won't run all the time, I'll punch you if you're feeling fine. We won't go on, as long as they want. We don't care if you know, we won't ever let you go. Can't take any more, as long as they want. Untertitelung des ZDF, 2020